Seid herzlich gegrüßt heute zu einer neuen Folge von Spielen mit der Spiedimundharmonika. Ganz besonders werden sich die Freunde irischer Volksmusik freuen, denn ich habe heute eine Melodie für euch, eigentlich ein Lied, Seligaden von einem irischen Dichter. Ja, Seligaden ist ja der Weidengarten unten am Fluss und das Lied erzählt von einer vergangenen Liebe. Ich wünsche euch viel Freude. Ja, ich habe es zuerst mal, kommt es jetzt gleich für euch mal zum Anhören. Ich habe es mit meiner Spiedi und mit der Miniharfe gespielt. Dann kommt es zweimal mit Akkordeon. Einmal langsam, einmal ein bisschen schneller und wenn ihr dann fit seid mit dem Üben, dann am Schluss noch mal mit Miniharfe und Mondharmonika und dann könnt ihr mitspielen. Gutes Gelingen! Bandona, blah, blah! Bandona, fourn comp Untertitelung des ZDF, 2020 Erpatschi interessiert sich für andere Sachen. Wir sind mitten im Wald. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.